Sein Foto! Er hat angefangen, mir zu schreiben, nachdem er mich im Fernsehen gesehen hat. Er hat alle Artikel gelesen. Er wusste einfach alles von mir. Also... Also von dem, was mir passiert war. Hat er dich mal getroffen? Nein. Er sieht sehr jung aus. Ja. Ist das ein Problem? Keine Ahnung, wie alt ist er denn? 90. Von Klimaanlagen bekomme ich immer Halsschmerzen. Los, Rina, mach das Radio an, ich will Musik hören. You're my heart, you're my soul. Gibt's nicht ein Lied mit diesem Titel? Keine Liebe mehr, weil ich sie nicht verdiene. Als ob ich sie jemals kennengelernt hätte. Doch. Doch, ich hab sie kennengelernt. Du hast Lust auf knackige Erdbeeren? Dann komm rein und bring die Sahne mit. Schönes Arschloch. Lecken. Das Arschloch, nicht die Pussy. Ich erfülle deine Wünsche. Besuch mich im Chat und lass dich überraschen. Besuch mich im Chat und lass dich überraschen. Habermas www.hansgrohe.at